Herzlich willkommen zu Automatica 2018 bei HaiWien. HaiWien, das sind 25 Jahre Erfahrung und Begeisterung für lineare Antriebstechnik. Und gemäß unserem Motto Wir bewegen, möchte ich Ihnen heute unsere Linear-Achsfamilie vorstellen. Die Baureihe HX wurde in Deutschland entwickelt, speziell für den europäischen Markt. Die Linear-Achsfamilie mit dem durchgängigen Design wurde bereits mit dem Red Dot Award und dem IF Design Award ausgezeichnet. Was sind Ihre Anforderungen? Benötigen Sie ein kompaktes, platzsparendes Modul oder einen Tisch mit Doppelführung für erhöhte Steifigkeit? Unsere Baureihe bietet Ihnen maximale Flexibilität durch beide Bauformen. Mit den drei verschiedenen Antriebsarten Kugelgewindetrieb, Riemetrieb und Linearmotor bieten wir Ihnen auch passend zu Ihren Anforderungen an Geschwindigkeit, Beschleunigung, Präzision oder Vorschubskraft die optimale Achse. Die Achsen werden auf Wunsch inklusive HiWin-Motor einbaufertig geliefert oder Sie erhalten das passende Adaptionsmaterial bei Bedarf inklusive Getriebe passend zu Ihrem Servomotor. Die Achslänge ist nicht gestaffelt, sondern in Millimeterschritten komplett frei wählbar. Alle Optionen wie Schlittenlängen, Abdeckband, Endschalter oder Wegmesssystem werden individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst. Und jetzt raten Sie mal, mit welcher Lieferzeit innerhalb von nur einer Woche aus unserem Werk direkt in Ihre Maschine. Besuchen Sie uns auf www.hiwin.de und entdecken Sie dort unseren CAD-Konfigurator. Wählen Sie sich Ihre Achse inklusive Optionen aus und laden Sie die Daten direkt in Ihre Konstruktion. Schnell, unkompliziert, keine Registrierung erforderlich. Eine Achsfamilie, unzählige Möglichkeiten. Was dürfen wir für Sie bewegen? Kontaktieren Sie uns und erleben Sie mit der Baureihe HX lineare Antriebstechnik in Ihrer schönsten Form.